Nein! Verdammt. Und es wird Nachts. Nein, ich will nicht sterben. Nein, wir brauchen dringend ein Bett. Die kriegen wir entweder von Schafen oder von Spinnen. Und Spinnen habe ich keinen Bock zu töten. Scheint es, als würden wir der erste Nacht einfach mal in unserem Haus verharren. Weil mit zwei Herzen... Ah, ich gehe jetzt dringend wieder zurück. Schafe, ich hasse euch. Die haben mir jetzt keinen Unterschlupfer die Nacht gegeben. Das sind natürlich sehr sozial schafig. Ich will hier nicht runterfallen. Ist euch hoffentlich nicht bewusst. Ich will ja hier nicht 1 auf 4 Uhr Grinsen machen. Ich glaube, das haben uns einige von euch getan. Von Minecraft gezockt und haben gesagt, hey, guck mal, ich bin der liebe Grinsekral. Zack, tot. Haha, sehr lustig von euch. Sehr sozial. Na toll, Zombie. Aber von den Zombies habe ich gar keine Angst. Die können wir ja gar nichts. Also jedenfalls am wenigsten. Da wir ja nur auf Easy spielen, dann. Mal zu. Super. Ach, na toll. Hier. Zumachen. Ja, hier sollte eigentlich jetzt mein Bett stehen, aber... Wir haben... Ja, jetzt muss ich... Ah, guck mal, eingeguckt. Parkshop. Muss leider sein. Oder wir werden hier... Niemals regenerieren. Also man regeneriert auch seine Herzen. So, ich glaube, jetzt solltest du schon regenerieren. Ja, sehr gut. Nennen wir ein Lederstund. Können wir einfach mal so aus Spaß. Hallo. Klopf, klopf. Hallo, hallo. Zombie, komm her. Hallo, Zombie. Hat er keinen Kopf. Ich habe gerade noch gesehen. Wo bist denn du, Zombie? Zombie. Ah, Pucci, Pucci. Ja, Pucci, Pucci. Pucci, Pucci. Biss denn? Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Zombie. Wo ist denn der Zombie? Zombie, Zombie. Hallo. Zombie. Kopflos Zombie. Dankeschön, Rotten Flash. Davon haben wir uns ja die ganze Zeit im Virogrinze, ne? Ich habe mich noch erinnert. Nein. Wir brauchen schon was zu füllen, ne? Das war wirklich wirklich klappt. Bäh. Nächster Zombie? Wo kommst denn du her? Ach, da. Hey, nicht zur Tür. Anklopfen. Fahrdachst du hier nicht rein. Dankeschön. Tür zu. Ja, komm her. Jod. Aua. Hat er mich ja immer mal durch die Tür geboxt. Sturb, sturb, sturb. Ausgangsverbot. Dankeschön. Also wir werden noch mit diesem Cricket Schläger oder was auch immer das sein darstellen soll. Die kommen ja scheinbar eh nicht hierhin, also können wir eigentlich da genauso gut zumachen, aber wir haben da nur noch einen guten Blank. So, und hier müssen wir uns einfach davor in achten nehmen. Das haben wir keine auch einpurzelt. Äh, so, toll. Wir sind jetzt hier dran. Und haben aber volles Leben. Und ich bin voll im Leben. Ich kann jetzt nach Spinnen suchen, aber bevor mir ein Skelett mich noch irgendwo runterschießt, habe ich lieber besseres im Sinn. Ähm, hallo? Hallo? Enderman. Soll ich nicht killen? Nein. Soll ich nicht. What the fuck? Was war denn das? Ach, du scheiße, eine Hexe. Ja. Ach, ich sehe schon wieder Fero-Krins kommen. Alter, halt die schnauze Hexe. Komm jetzt her. Komm jetzt her. Und ich töte dich. Dankeschön. Wir müssen dringend wieder zurück. Wenn mich jetzt nämlich noch ein Zombie von hinten überrascht, dann war's das. Schnell. Na, super. Was haben wir für da gekriegt? Ich hab's schon gesehen, so ein bisschen Gunpowder. Kann sich nicht mehr was Gescheites leisten. Soll ich eigentlich ja bald regenerieren, also alles Regenerierte kriegen wir jetzt wieder weg, weil wir ja jetzt vergiftet sind. So. Hat sie mir einfach mal ein Gift-Potion zugeworfen. Ist gar nicht nett. So, wir schalten uns eigentlich raus, ne? Aber mit zwei Herzen, äh, hier jagst sie mich nicht vor die Tür. Hallo? 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 Jemand hier? Zombie? Ah, Creeper. Hallo, Creeper. Ähm, Zombie? Hexe? Scheißhöhle? Oh nein. Ja. Ich darf einfach mal in die Richtung, ne? Ach, nö. Guck mal. Das Liebesgelind wird jetzt hierher kommen. An die Türen, natürlich, wie ein Skelett auch. Und dann können wir jetzt einfach mal vor der Tür töten. Zack. Haben schon einen Pfeil und einen Knochen. Hab ich da gerade noch eine Hexe gesehen, oder war das schon eine Spinne? Ich hab gerade irgendwas durch die Bäume wuscheln sehen. Ja, jetzt war nur der Enderman. Hi, Andy! Ich wollte dich hier jetzt aber nicht angucken. Also, wenn man die Endermaner anguckt, dann, ähm, ist man zu gut, ich tue. Also, dann porten die sich zu einem hin und... Ach, guck mal, da hat sogar Kürbis an. Extras, um sie vor dem Enderman zu schützen. Wie viele Höhlen hier auch sind. Äh, super. Ah, Zombie? Huha! Ah, hier. Hallo, Zombie! Ui! 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 So, hey, ich könnte den jetzt auch mit der Hand töten, aber pff, so zu. So, hier und hier. Haben ja die ganze Nacht sonst nichts zu tun. So, noch jemand, den ich übers Knie legen muss. Hm. Man fragt uns nicht, ob das jetzt noch so ein Zombie ist. Ach, da guckt er doch schon. Hau, vor. Der kleine Spitzbub. Im Nieder-Tü-Tü. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Bäh. Ich hab noch einen gehört. Aber ich glaub, das war nur der da hinten. Oh! Ui! Waa! Zombie. Bist du hier, Zombie? Wow, da kommt er doch runtergescheiß, ist der... kleine... Spitzbub. Schlawiner, der. Waa! Skelett, lass mich in Ruhe. Ach, da bist du nur. Dann kann ich dich schön töten. Was hab ich da... Ich hab da um... Ich hab hier total die Paranoiden-Erscheinung. Waa! Hu. 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 Hu, hu. Hu. Hallo, Zombie. Wie, waa? der brennt dann einfach ab sind einfach die Birne abgebunden leck sie ist aber komisch aus heute ich schaue wahrscheinlich gerade Kernerwahl hier so ich bin schon bei 23 Minuten wow Rekordaufnahmezeit ich weiß manche nehmen 6 Stunden auf aber davon bin ich noch ein bisschen bis das alles hochgeladen hätte wäre ich auch alt und grau oh es wird betackt das ist sehr gut mach dich auf ok nein ich fange jetzt nicht schon wieder an zu singen ich weiß im Führungsgrinz habe ich das schon übertrieben mach es los oh mein eine mein eine Auge trennt muss weiterspielen aber mit Augezwinger bäh chest rein damit das mach ich weg siehs so ja können später anpflanzen hab dich gehört das haben wir da draußen falls du es warst oder ich hab schon mal diese erscheinen oder leder jetzt werden wir definitiv mal eine Höhle reingehen müssen wir ja oder sonst kriegen wir keine Kohle und können uns nichts zu essen dann furchtbar so so also vorerst würde ich mich nur vom kühler nehmen aber ein kleines Weizenfeld muss ja auch früher später sein ach hallo creeper stopp stopp das ist kompliziert bei mir ich weiß es doch bleh Skelett ach da scheiße ich hab dachte er schafft es nicht mehr abzudrücken ach nö will ich da rein kann kann man das mal jemand verraten oh kohle aber ich hab ne gute idee 1 2 3 uah leck 4 5 6 so und jetzt äh zack das reicht mir schon vollkommen aus eigentlich und dann zack ganz 20 fackeln dürfen erstmal reichen wenn wir hier erstmal so notdurftig ausgeleuchtet haben ihr habt das wahrscheinlich eh nichts mehr gesehen weil eure Augen hier so empfindlich sind da vorne steht ein Skelett das seht ihr gerade noch nicht vielleicht seht das auch doch ich muss dann auch noch mal kurz den Options nachgucken nachdem ich dieses Skelett genieht habe und in einer sicheren Region bin hier noch einmal extra für eure empfindlichen Augen warte kurz optionell und difficult easy dann guage maximum sounds bleh videosettings blablabla blablabla bright ok dann hab ich alles richtig gemacht das ist jetzt auf maximale Einstellungen und falls ihr jetzt irgendwas an meinen rum zu knötern habt einwegen macht das in den Kommentaren ich werde es eh nicht durchlesen von dem her könnt ihr das ruhig machen was Na tra-la-la-la-la-la-la-la tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la so um 7.20 Minuten guten Heide muss ja bald schon aufhören aufzunehmen ich will nur zwei Folgen aufnehmen im Moment ich werde kommen dann tägliche Folgen nein das wird es bei mir er hat noch nicht mehr gegeben er noch nicht mehr was was labberig sooo nun ist die Folge auch schon bald vorbei ich hab glaube ich nicht allzu viel gelabert oder vertauscht mich da auch ich weiß nicht vielleicht ich hab doch schon wieder euch schmerz in der Mauer ich hab noch drei Dinger alter wo soll ich denn die alle hinpflanzen so ich trifft die Leertaste nicht ist das dein Ernst sooo und meinetwegen noch hier die werden eh alle abgefüllt so ich will nicht aber nicht dass mir da draußen jetzt so reason reason spawn sooo dann können wir als letzte maßnahme für diese aufnahme noch eine wunderschöne holzfällerlei arbeit ja gut zwar ein bisschen kleine holzfällerlei arbeit und lass uns mal noch stehen eigentlich sollte ich ja mal den Wald hier müssen auslagern weil ich glaube der wird uns in Zukunft hier eh nur stören können wir hier so eine Art aqua vor Ort hinbauen da hinten wird dann so unser Strömungsgedönse ich zeige ich das gerade mal äh unser Strömungs wie heißt denn das nochmal ist Strömungen und becken keine Ahnung was wird dann hier rum und dann da auch noch der rutsche und dann komme ich ja left und dann ist er eh in einem damm von Loch Ness so aber aber in das da in das da in den daumen von Loch Ness steigend aus Nächstes Mal, wenn es heißt, Let's Play Minecraft auf dem Kanal Grinsika und ich verabschiede mich schon einmal von euch. Das war jetzt, was es in der nächsten Zeit häufiger kommt, hoffentlich. Also bis dann. Tschüssikowski und bis dann.